Hallöchen! Nachdem nun einiges an Zeit vergangen ist und ein paar Updates für das OnePlus Nord 2 erschienen sind, ist es Zeit die Kamera noch mal anzuschauen. Deswegen gibt es einen zweiten Kameratest und den Anfang machen mal wieder die Videos hier im 4K Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Dann noch mal wieder die Videos hier im 4K Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Dann noch der Full HD Modus mit 60 Bildern pro Sekunde. Und der Full HD Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Und dann noch die Ultra-Weitwinkel Kamera ebenfalls mit 30 Bildern pro Sekunde. Und die Frontkamera filmt nach wie vor unverändernd, maximal Full HD und 30 FPS. Den Video-Book HD Modus gibt es auch nach wie vor für die Frontkamera und auch für die Hauptkamera. Hier allerdings mit dem Limit auf 30 Bildern pro Sekunde und Full HD Auflösung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020